Holz ist ein nachhaltiger Rohstoff. Er speichert CO2, hat kurze Transportwege und wächst laufend nach. Rund die Hälfte der oberösterreichischen Landesfläche ist Wald. Der Klimawandel stellt die Forstwirtschaft durch Dürre und Schädlingsbefall vor große Herausforderungen. Durch die Begründung von Mischwäldern und durch die Verwendung von Holz können wir das Ökosystem Wald auch für nachfolgende Generationen erhalten.